Herzlich Willkommen zu unserer nächsten Immolusion Podcast Folge. Heute mit dem Thema kein Fokus, Durcheinander, Verwirrung. Was ist im Prinzip oder eigentlich das, wo es wirklich darum geht? Und versteht der Makler wirklich genau in seinem Tagesgeschäft, was er zu tun hat, um am Ende des Tages an sein Ziel zu kommen? Und ich habe hier wieder den lieben Leon und der Leon, der hat schon richtig Bock hier heute. Erzähl doch mal, was sind denn so deine Erfahrungen bei dem Thema? Also sehr, sehr viele. Erstmal, ich werfe jetzt mal so ein paar Sachen in den Raum, die man natürlich immer wieder zu hören bekommt, die man dann damit auch sehr, sehr easy in Zusammenhang bringen kann. Wie zum Beispiel, ich habe kein Geld. Was ja auch so ein Thema ist, was sehr oft zur Sprache kommt, was aber eigentlich für einen Immobilienmarkter nicht sein kann. Also kein Geld in welchem Bezug? Zum Beispiel, um sich ein Coaching leisten zu können. Oder Marketing. Oder Marketing, genau. Also es können ganz, ganz viele verschiedene Dinge sein. Und das hat ja meiner Meinung nach sehr, sehr viel mit dem Thema Fokus zu tun. Weil ich hatte jetzt in den letzten Tagen ganz oft verschiedenste Gespräche in verschiedene Richtungen, verschiedene Arten und Weisen. Aber Kern der Sache war eigentlich immer, dass viel gearbeitet wird von den Leuten. Also ich glaube weniger, dass die Leute ein Problem damit haben, viel zu arbeiten. Also nicht faul sind. Genau, nicht faul sind. Also sie arbeiten viel. Aber das, was sie in diesen Stunden tun, dass das halt nicht ausschließlich performance-relevante Maßnahmen sind. Also Maßnahmen, die wirklich umsatzbringend sind, die wirklich auf ein klares Ziel hinführen. Sondern oftmals Dinge sind, wo man, ja so Kleinigkeiten, wo sich drin verloren wird. Ja, wo man dann Stunden über Stunden über Stunden, wir kennen es alle, ja. Wir wollen irgendwas Unwichtiges fertig machen, verlieren uns da drin. Und dann ist es drei Stunden später und ich habe eigentlich nichts gemacht. Okay, aber da ist ja direkt wieder ein Thema, woran liegt das denn letztendlich, dass man sich in irgendwelchen Sachen verliert, ja. Ja, weil du hast zum Beispiel keine Vorlagen. Damit fängt es ja an. Das heißt, du musst permanent überlegen zwischen diesem Thema, was macht eigentlich ein Mitarbeiter, ein Worker nennen wir ihn jetzt mal, und was ist denn überhaupt die Aufgabe von mir als Geschäftsführer oder als Manager. Da bist du, du bist ja auch permanent in diesem Hin und Her, ja wie mache ich das jetzt, wie war denn das jetzt nochmal und dann musst du selber die Recherche machen, dann musst du dies machen, dann musst du jenes machen. Da sind wir wieder bei diesem Selbst und Ständig, ja. So, die Frage ist aber, was ist denn überhaupt der richtige Fokus, ja. Und ist den Leuten das überhaupt wirklich klar? Also, was ist dieser kürzeste Weg, ne, der kürzeste Weg, und was ist überhaupt das Allerwichtigste in der Company? Ja, du hast ja vollkommen recht, was du sagst, aber was ist denn, ist das den Leuten wirklich da draußen, dem Einzelnen klar, was ist das wichtigste Ziel in meiner Firma? Ja, also ich glaube, es ist noch eine Sache, die man da hinzufügen muss, du hast das richtig angesprochen mit Vorlagen und Dingen, wenn die Leute sowas eben nicht haben, sind die halt immer wieder in dem Prozess drin, Sachen zu entwickeln und zu erstellen, von denen sie nicht die Gewissheit haben, ob sie wirklich in der Praxis auch funktionieren. Ja, und dadurch sind die ja immer in so einem Try-and-Error-Cycle drin, ne. Sie haben eine Idee, probieren das aus, wenn es klappt, super, wenn es nicht klappt, stehen sie wieder bei Null und müssen auch wieder bei Null anfangen. Und noch witziger ist, dass sie eigentlich nicht wirklich etwas entwickeln, sondern es ist ja das, wie sie die Arbeit machen, ist ja nur in ihrem Kopf. Ist nur auch vor allem ihre Meinung, was sie denken. Genau, ist also nur in ihrem Kopf und ist nicht etwas, was wiederholbar ist, natürlich in ihrem Kopf wiederholbar, aber sie fangen, sie starten immer wieder von vorne, sie starten immer wieder von Null und wieder beginnt die Arbeit von vorne und immer wieder. Das hat natürlich nichts mit Unternehmertum zu tun. Das hat nichts mit einem klaren Leitfaden dessen zu tun, wo fange ich an und wo will ich hin. Und fangen wir doch mal. Lassen wir uns doch mal die Frage stellen. Was ist denn überhaupt erst mal das Ziel, wenn ich unternehmerisch antrete? Also was ist denn mein Ziel, meine Hauptaufgabe? Kundengewinn. Genau. Das allererste ist, jetzt könnte man es noch übertragen, Geld verdienen. Das Unternehmen muss, jetzt machen wir es ein bisschen schicker, profitabel sein. Das Unternehmen muss profitabel sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Ist ja letztendlich das Resultat davon, wenn ich Kunden gewinne. Exakt, genau. Also das Unternehmen muss profitabel sein. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, pass auf, wenn ich doch irgendwo antrete, was zu machen. Und das ist tatsächlich, wenn ich mal so viele Jahre zurückdenke. Ich hatte auch eine Phase, wo ich irgendwie auf, einfach nur überleben wollte. Also überleben ist jetzt ein bisschen flach gesagt, aber wo ich einfach ein bisschen Business machen wollte und klarkommen. Ja? So klarkommen letztendlich. Einfach locker Geld verdienen, aber auch letztlich über die Maße viel arbeiten zu müssen. Easy. Ja, easy. So, das ist ja das Thema. Easy Geld verdienen. Das ist ja, glaube ich, auch so einer der wichtigen Themen, wo überhaupt irgendwelche Leute Makler werden wollen. Easy Kohle verdienen. So, aber am Ende des Tages, es funktioniert nicht. Es funktioniert am Ende des Tages einfach nicht. Und das Hauptding ist, wenn du Unternehmer, wenn du Gründer bist, dann geht es wirklich, da was eben wirklich zu kreieren. Irgendwas aufzubauen, eine Idee zu verfolgen. Ja? Und das sind all die, die auch wirklich was geschaffen und gerissen haben. Du musst einfach echt eine Idee haben. Du musst was kreieren. So, also ein Bild von etwas haben, wo du hin willst. Also so ein Picture einfach. Und eine Sache will ich da noch hinzufügen. Und es ist natürlich auch nicht nur so, dass es für Unternehmer, die groß expandieren wollen, der Fall ist. Es ist auch für eine Person, die noch Einzelkämpfer ist, genauso relevant. Weil am Ende des Tages, wenn du das einmal richtig machst, in der Akquise, in der Kundengewinnung und dann, weiß ich nicht, 15 Objektanfragen bekommst oder Auftragsanfragen, dann gehst du ja auch nicht hin und lehnst die einfach ab. Das heißt, du wirst ja sowieso gezwungen, in diesen Unternehmerzyklus dich reinzuentwickeln, automatisch. Ja, ja, genau. Und dann kommt aber jetzt der wichtigste Bereich letztendlich. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, ich will was kreieren, ich habe ein Ziel, ich will einfach als Makler und es ist kein Ziel, wenn du hingehst und sagst, du willst ein bisschen Geld machen. Ja, so, das ist ein, du hast einen Job, dann kannst du auch bei irgendeinem Makler arbeiten, also nicht als Selbstständiger. Dann such dir doch einfach einen Job bei einem Makler, der gut aufgestellt ist, ja, und mach da den Verkauf oder den Einkauf oder sonst irgendetwas, ja. So, da wirst du aber nie das Geld verdienen können oder werden, was du als Selbstständiger verdienen oder als Unternehmer verdienen kannst. Das ist ja total in Ordnung, aber dann überprüf doch mal, was du wirklich willst, ne. Aber die Leute wollen, und das finde ich immer so interessant, sie wollen unabhängig sein, sie wollen frei, da höre ich immer Freiheit, ja, finanzielle Freiheit, dann wollen sie frei sein, so. Aber auf der anderen Seite wollen sie aber dann auch nicht den nächsten Schritt machen, also den Schritt oder die Schritte. Es sind eigentlich alles nur Widersprüche. Genau. Die Leute widersprechen sich selber. Genau. Punkt. Weil das macht alles in sich geschlossen, diese ganzen Aussagen kombiniert, machen einfach alle keinen Sinn. Sie machen wirklich keinen Sinn, ne? Das machen sie auch nicht. Ja, also wir können jetzt hier an der Stelle Schluss machen. Wir können aufhören, ja. Also ich erlebe das wirklich ganz oft in Gesprächen, wo man einfach, okay, wie stellst du dir das genau vor? Ja, so und so, ja, okay, erzähl mal mehr. Wie ist denn damit, wie ist denn damit, wie ist denn damit? Und dann merken die Leute auch, wenn du die mal in so ein Kreuzfeuer steckst, dass das, was sie sagen, einfach keinen Sinn macht. Genau. Und woran liegt das? An vielen Dingen. In erster Linie an Verwirrung mal, ja, an falscher Vorgehensweise und falsche Absicht. Also es ist eine Kombination aus diversen Dingen, würde ich sagen. Naja, also das sind wichtige Dinge. Nur schau, wer ist denn dazu ausgebildet worden, Unternehmer zu sein? Und deshalb scheitern auch die meisten an dieser Challenge oder nicht scheitern. Ich würde noch gar nicht so weit gehen, dass sie scheitern, sondern ich würde sogar behaupten, sie würden es schaffen, wenn sie denn überhaupt darüber nachdenken könnten, also wenn sie es wüssten, dass sie sagen, ey, ich muss mich dahin einfach entwickeln. Ich muss einfach eine Ausbildung, ich muss mich einfach ausbilden lassen, ein guter Geschäftsführer, also ein guter Gründer, guter Geschäftsführer, vielleicht später dann einfach nur noch guter Unternehmer zu sein, weil man einen Geschäftsführer hat. Da gehört eine Ausbildung dazu. Das hat was mit Kompetenz zu tun. Das hat was mit Professionalität zu tun. Ja, und einfach dieses gesamte Picture zu checken, was da läuft. Und dem gehen die meisten, ich würde noch nicht mal sagen bewusst, sondern unbewusst, wirklich ganz unbewusst aus dem Weg, weil sie überhaupt gar nicht die Informationen, weil sie überhaupt gar nicht das Wissen darüber haben, ey, was muss ich denn eigentlich tun? Also müssen wir die Leute ein bisschen in Schutz nehmen, weil du kannst immer nur entscheiden oder Dinge tun, auf der Basis dessen, was du weißt oder auf der Basis da, wo du stehst. 100 Prozent und nicht auf Hoffnung oder auf anderen Dingen, weil Hoffnung ist ein Thema, was ich ganz oft höre. Ja, ich bin mir ziemlich sicher in den nächsten, gerade jetzt, vor allem steigende Zinsen, ja, in den nächsten zwei Monaten ist das Objekt dann verkauft, dann habe ich ja Geld und dann kann ich das auch investieren. Da einmal kurz tief durchatmen. Genau. Ja, du hoffst, ja, du hast es auch in den letzten vier Monaten nicht geschafft, das Ding zu verkaufen, dann wird es also in den nächsten zwei Monaten auch nicht funktionieren, wenn du jetzt nicht was veränderst. Genau. Und wer sich davon angesprochen fühlen möchte, der kann das tun, aber am Ende des Tages ist es genauso. Hoffnung ist die Wiese, auf der die Narren grasen, ja, also das ist immer wieder dasselbe, ja. Da kannst du dir auch eine Clownsmütze anziehen am Ende. Wenn du nicht, wenn du immer auf der gleichen Basis deiner Informationen entscheidest, dann kann keine neue Entscheidung, kein neuer Weg, nichts Besseres bei rauskommen. Und da fängt ja auch, da fängt ja auch genau das Thema an, wo Training, wo Coaching, wo Schulung, wo Ausbildung eben auch Sinn macht, ja, um halt einfach ein neues Level zu erreichen. Also Level ist ja auch immer so ein geflügeltes Wort mittlerweile, Next Level und so weiter, ja. Ich meine, wir benutzen es ja auch. Um sich einfach weiterzuentwickeln, ja, darum geht es am Ende des Tages. Und Ziele zu erreichen in vielleicht kürzerer Zeit auf einem besseren Qualitätsniveau, effizienter, ja, darum geht es ja am Ende des Tages. Und es geht hier auch nicht um, fachlich ist wichtig, okay, brauchen wir nicht drüber reden, weil wir als Makler sein Fach nicht versteht, der ist natürlich auch verloren, ne. Nur, es geht darum wirklich seine Skills, seine Fähigkeiten zu verbessern, ob das Verkaufen ist, ob das die Wertermittlung, was auch immer. Und damit sind wir beim ganz entscheidenden Thema, wenn du diese Nuss nicht geknackt bekommst, ne, also diese Nussakquise, ja, das heißt, dass du einfach genug Anfragen, also genug Zielgruppe an Verkäufern hast, die ihre Objekte verkaufen wollen und im nächsten Schritt du den Prozessschritt so beherrschst, Objekte, also Alleinaufträge zu machen, dass du eben nicht, und wir haben es ja gestern im Livecall gehabt, ja, wir haben es ja gestern im Livecall gehabt, es waren ein paar neue da. Und was war die Aussage? Ja, hast du denn wirklich in der Vergangenheit, und das ist nicht nur ein Einzelfall, das sind viele, die so agieren, hast du in der Vergangenheit wirklich eine professionelle Bewertung gemacht, bevor du einen Alleinauftrag gemacht hast, oder bist du einfach nur reingerannt in diesen Wunsch des Verkäufers, was will er haben? Ja, gar kein Problem, kriegen wir schon hin, weil du gar nicht die Fähigkeit hast, die Fähigkeit hast, den Verkäufer dahingehend zu beraten und ihm dann auch zu verkaufen, was der richtige Weg, also die richtige Strategie für den Verkauf seiner Immobilie ist. Und es ist immer das gleiche Bild, nö, haben wir nicht gemacht. Und dann ist natürlich klar, in so einer Marktphase wie in den letzten Jahren, wo, ich sag jetzt mal wirklich, genügend Leute unterwegs waren aufgrund der niedrigen Zinsen, die auch überhöhte Preise gekauft haben, ist klar. Ja, da hat es halt noch geklappt, ne, aber... Und dann kommt der letzte Schritt, ne, also das heißt, wenn ich das, es geht um die Pipeline, Akquise, Einkauf, Verkauf, und die musst du als erstes so knacken, dass die in jeder Marktphase funktioniert, wir haben das, mein System ist einfach so eine Granate, das ist einfach so eine Granate, weil das funktioniert immer und in jeder Marktphase perfekt, so. Das ist das eine. Aber da, und jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt hier direkt das nächste. Jetzt, jetzt bin ich da drin, ja, als Makler, jetzt bin ich da drin und dann geht es wieder los, ja, das heißt, ich mache ein bisschen Business, ich mache ein bisschen, ein bisschen Geschäft, so. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder feststelle, dann kommen die Leute mal da raus, dann schaffen sie mal ein paar Sachen, ja, und dann bleiben sie darin stecken. Was machen sie alternativ? Dann fangen sie an, irgendwelche Dummheiten zu machen, ja, wie, ja, dann kaufe ich mal ein paar Immobilien, ja, dann mache ich mal irgendwelche Querinvestments und sonstige Sachen. Ja, passives Einkommen, ja, ich muss ja irgendwie sehen, dass ich weiterkomme und so weiter, anstatt an der Stelle in ihrem Business zu bleiben, da zu investieren und mal einfach zwei Mitarbeiter einzustellen, die ihnen wirklich viel Zeit schenken, so will ich es mal sagen, schenken, ja, und dann geht das nächste Drama los. Ja, nee, will ich aber nicht. Ja, 100 Prozent, 100 Prozent, weil am Ende des Tages ist Umsatz, Geld verdienen, sind zwei Dinge. Das ist nur Energie und Fokus. Energie und Fokus. Wenn du, weil, ein Beispiel, ich telefoniere mit einer Person, die Person sagt mir, ja, ich arbeite 70 Stunden in der Woche, ich mache dies, das, jenes, ich habe zwei Objekte nur im Bestand und die kriege ich seit Monaten nicht verkauft, aber ich arbeite 70 Stunden in der Woche. Wie geht das? Warte, warte. Eine Woche später telefoniere ich wieder mit der Person und die Situation ist immer noch die gleiche. Ich habe 70 Stunden gearbeitet, nichts ändert sich und so weiter. Und jetzt ist die Person nicht bereit, Geld in die Hand zu nehmen, um sich weiterzuentwickeln, um so eine Situation zu lösen. Dann sage ich, dann sage ich ganz klar, wie kann es sein, dass du es nicht schaffst, in einer Woche, in einer Woche, mal mindestens ein oder zwei neue Objekte zu gewinnen, weil wenn du wüsstest, was du tun musst, vom Fokus her, von der Energie her, in die richtigen Dinge zu investieren, dann würdest du die Situation innerhalb einer Woche komplett drehen können. Komplett. Du musst halt nur wissen, was du tust und vor allem, wie du es tust. Also, da komme ich schon echt ins Stottern, ja. Nochmal, auch hier, es hat einfach was damit zu tun, wo steht die einzelne Person, auf welcher Stufe ist die jetzt gerade, über welche Daten, also Informationen, welches Wissen verfügt die Person. Und deshalb bleibt sie in dem Cycle einfach drin, ja. Und sie trifft immer wieder die gleiche falsche Entscheidung, ja, weil sie einfach nicht anders kann, ja. Also, ich nehme es der Person ja nicht mal für übel. Ja, trotzdem muss ich das ja nicht respektieren, was die Person denkt in dem Fall. Das ist ja logisch. So, aber jetzt schauen wir uns das doch mal an, wie können wir denn der Person helfen? Das ist ja im Prinzip jetzt entscheidend, ja. Wie können wir der Person helfen? Denn der Punkt ist, zuallererst mal zu verstehen, was eigentlich ein Investment denn ist. Weil Investment sind ja zwei Dinge. Entweder du nimmst den Hörer in die Hand und rufst Leute an, das ist ja auch ein Investment, ne, in Form von Zeit. Du investierst Zeit, ja. Ein Investment ist immer, ich gebe Zeit oder Geld in etwas rein, um zu einem späteren Zeitpunkt einen Gewinn zu erzielen. Yes. That's it. Ja, mehr ist es nicht. Das ist die Definition davon. Also, heißt ja, wenn ich jetzt wenig wissen oder merke, ich bin in der permanenten Schleife und ich investiere jetzt zum Beispiel in ein Coaching und kriege neue Informationen, kriege ein gutes System, wie ich dann am Ende des Tages schnelle Aufträge bekomme, schneller die Immobilien verkaufe und so weiter und so fort, dann löst sich natürlich der Knoten, ja, an der Stelle. Und zu einem späteren Zeitpunkt, in den meisten Fällen gar nicht so lange, kommt dann der Gewinn dabei raus, ja. Das heißt also, ich mache den Umsatz, ja. Und das ist das, was die Leute nicht verstehen, ja. Und da kommt aber noch eine Sache dazu, die darf man auch nicht vergessen, weil Hilfe geben ist für viele super einfach. Aber Hilfe anzunehmen, ist schwer. Hilfe anzunehmen, das ist tatsächlich für viele echt eine riesen Big Challenge. Das kriegen die nicht gebacken. Und deshalb kann ich auch nur allen da draußen raten, prüf mal, was ist eigentlich dein Problem damit, Hilfe anzunehmen, ja. Bist du jetzt wirklich an einem Punkt, wo du glaubst, dass du, oder du hast ja den Beweis im Endeffekt, dass du jetzt seit Monaten oder vielleicht auch seit Jahren immer wieder an einem und demselben Punkt stehen und stecken bleibst und nicht weiterkommst, ja. Dann stell dir mal vor, du versuchst jetzt seit, was weiß ich, fünf, sechs, sieben Jahren, versuchst du ein Unternehmen aufzubauen, ja. Und du sitzt immer noch alleine da. Dann muss ja irgendwas falsch sein. Ja, oder hast nur ein oder zwei Leute, weil das ist ja auch viel zu langsam, ja, von der Entwicklung, von dem Zeitraum. Also entweder hast du die falschen Leute an deiner Seite, das kann ja auch sein, dass du da irgendwie so ein paar Vögel hast, die keine Ahnung haben. Ja, aber auch dann bist du ja schuld, weil du hast ja eingestellt. Ja, ich meine jetzt Freunde, Umfeld und so weiter, ne. Ach so. Ich meine jetzt, der ostfriesische Zollbeamte, bitte nicht böse sein an alle Ostfriesen, aber der ostfriesische Zollbeamte, der wird mir mit Sicherheit nicht gute Tipps geben können, wie ich jetzt zehn Mitarbeiter aufbauen kann, ja, oder so weiter. Aber der wird mir eine Menge Ratschläge geben, dass ich es sein lassen soll. So, oh, lass das, das ist dann ganz gefährlich und so weiter, ja. Also das macht halt alles keinen Sinn, ne. Also end of the day, glaube ich, können wir eine Sache sagen. Der Punkt ist, es hat viel eben mit Wissen zu tun, ja, natürlich mit Entscheidungsfähigkeit. Entscheidungen kann man aber nur treffen, immer auf der Basis, wo man heute steht. Also brauche ich natürlich auch den Input auf der anderen Seite. Nächster Schritt, der sehr wichtig ist, du musst den richtigen Fokus im Sinne von Umsatz haben, ja, weil sonst kommst du auch nicht weiter, so, und am Ende des Tages kommt einfach in unser Coaching und dann zeigen wir dir, wie es geht, oder? Das ist doch eigentlich das, worum es geht, in diesem Sinne. Wünschen wir euch alles Gute da draußen und folgt uns auf den sozialen Medien, TikTok, Facebook, Instagram und LinkedIn und lasst ein Abo da, hier für diesen Kanal. Daumen hoch nehmen wir auch mit und gerne auch in die Kommentare, wo steht ihr denn eigentlich, was ist euer Problem und dann sehen wir uns bald im Erstgespräch, könnt ihr hier unten buchen. In diesem Sinne alles gut, bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal.